Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Krefeld-Pinguine gegen die Fishtown-Pinguins aus Bremerhaven. 2 zu 3, das Endergebnis aus Sicht der Krefeld-Pinguine. 3076 Zuschauer waren heute in der Jaila Arena. Guten Abend an beide Trainer, Thomas Popisch für die Gäste und Brandon Reed für die Krefeld-Pinguine. Herr Popisch, Glückwunsch zum Sieg, Ihr Statement zum Spiel. Erstmal guten Abend und Dankeschön. Ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen. Unser erstes Ziel war wirklich die Offensive von Krefeld unter Kontrolle zu kriegen, dass er sich nicht in so einer Euphorie, nicht in so einem Rausch spielen, die ersten zehn Minuten wirklich ohne Gegentor versuchen zu überstehen, Strafzeiten vermeiden. Viele Sachen sind uns gut gelungen. Trotzdem haben wir dann immer, jede Mannschaft hatte so ein bisschen ein paar Momente gehabt. 1 zu 0, 1 zu 1. Ich denke, das war soweit in Ordnung gewesen. Im zweiten Drittel haben wir, glaube ich, besser gespielt, haben ein bisschen mehr Kontrolle bekommen. Trotzdem hatten wir immer wieder Chancen gegen uns. Alles zusammen, glaube ich, dass, obwohl wir ein Tor in Unterzahl bekommen haben, trotzdem hinten raus Penalty-Killing sehr gut funktioniert hat, auch mit einem starken Torhüter. Das alles so zusammen hat, glaube ich, dass wir dann auch verdient gewonnen haben. War trotzdem ein sehr, sehr enges Spiel. War manchmal mit, ja, ich würde sagen, wir haben manchmal ein paar Aussetzer gehabt, die so auf Dauer schon mehr bestraft werden. Und heute haben wir das Glück und einen sehr guten Torhüter gehabt, dass die dann hinten raus, dass es dann gereicht hat. Vielen Dank, Thomas Popisch. Brandon. You're staying on tonight's game. Good evening. Congrats on the three points. This evening, I thought, UC was our best player on the ice. First five minutes, we played the way that we were supposed to. Put pucks behind the net, behind their D, be aggressive. We let off the gas, gave them a little bit of momentum. The first period was not a pretty period for me. I think we have too many players on this team playing one side of the puck. That's been a problem for us, especially in the last couple of games. But as of the last month and a half, trying to do too much on the offense. Even in the D zone, you know, we're stretching the zone a little bit too quickly, not giving our D any support outlets. And that gets frustrating when you turn the puck over a lot. You know, our power play had some good movement. I thought their goalie was very good tonight. But I think any goalie in this league is going to be very good if you don't have any traffic in front of the net. We knew he's a big goalie. We knew we had to, that was part of our game plan, to be in front of the net. But it's a hard place to be. We have to be a little bit more grittier and willing to pay the price. I like that we got that goal at the last minute, you know, pull the goalie. But it's a little too late. And we have to be better throughout the lineup. We cannot play too fancy. We don't have the skill to do that throughout our four lines. We should be a working team. We should be a team that pushes back defensemen and create momentum through long shifts in the O zone. Maybe not trying to score every shift. I think that's where we're at right now. We try to score on every play possible. And most of the O zone time is a one and done. And it's tough to back check all the time. So right now I'm really pleased with UC's game. I thought he played well. A couple of lucky bounces on the second goal. I think, you know, went off two guys, three guys. But he was very good for us tonight. I thought Bremerhoffen played the way they do every time. Nothing changes throughout their four lines. They have, you know, three and a half good lines. They play the same way. But they are also very good on both sides of the puck. And that's something you have to make a decision as a player on how you want to be. And I thought they played a consistent game. Their power play was very good. We knew that coming in, that they were very dangerous. And they got some good shooters. But yeah, this is not good enough. I'm not happy. And the players should not be happy. And we got to get to work throughout the whole lineup. Thanks. Also, Brandon sagt das Jussi heute ohne Frage. Also, der beste Spieler war bei den Krefeld-Pinguinen. So, die ersten paar Minuten, so die ersten fünf Minuten, sagt er, sind wir eigentlich ganz gut ins Spiel reingekommen. Haben dann auch den Puck tief ins Bremerhavener Drittel gebracht, auch hinter das Bremerhavener Tor. Dann schon etwas nachgelassen. Das erste Drittel, sagt Brandon, war wirklich nicht besonders nett anzugucken für ihn und für die Fans sicherlich auch nicht. Denn viele seiner Spieler haben nur so die eine Seite des Spiels wirklich ernst genommen, nämlich das Spiel nach vorne. Haben also die eigene Defensive nicht genug unterstützt. Und frustrierend sind dann auch diese ganzen Puck-Verluste, die es dann gab. Ein sehr guter Torwart bei Bremerhaven. Auch das hat Brandon gesehen. Sie haben es immer auch zu leicht gemacht, sagt Brandon, indem sie nicht genug Verkehr vor dem Bremerhavener Tor erzeugt haben. Da fehlte der Biss. Und das letzte Tor, das zweite Tor für die Krefeld-Pinguine. Gut, dass sie da nochmal sich reingehängt haben, kurz vor Schluss das nochmal zu verkürzen. Aber unterm Strich sagt er, von A bis Z müssen wir das einfach besser machen. Und von der ersten bis zur vierten Reihe als Team arbeiten. Auch wirklich den Gegner mehr in der Defensive beschäftigen. Also den Gegner ins eigene Drittel zurückdrängen. Und das erzeugt dann also mehr Druck. Auch das fehlte eben heute. Jussi beim zweiten Tor der Bremerhavener sagte so ein bisschen, gab es dann noch diese Abpralle. Aber insgesamt Jussi überhaupt nicht schuld an diesen Toren. Und Bremerhaven, sagt Brandon, wie wir sie kennen, immer eiskalt nach vorne mit dreieinhalb wirklich richtig guten Reihen. Dann stark besetzt. Und das, was Krefeld eben nicht gut gemacht hat, nämlich die beiden Seiten des Spiels heute wirklich ernst zu nehmen. Von der ersten bis zur letzten Minute. Das hat Bremerhaven heute gut gemacht. Auch das Powerplay hat viel, viel Druck erzeugt. Gute Schützen beim REV Bremerhaven. Unterm Strich sagt Brandon, ich bin wirklich nicht zufrieden mit der Leistung heute. Da müssen wir besser werden. Fragen aus der Runde? Das ist offenbar nicht der Fall. Dann wünschen wir unseren Gästen aus Bremerhaven eine gute Heimfahrt. Viel Erfolg beim nächsten Spiel. Das wird für euch das Heimspiel gegen Iserlohn sein am Sonntag. Viel Erfolg dafür. Wir sehen uns auch am Sonntag hier. Haben also auch zwei Heimspiele in dieser Woche. Dann geht es für uns gegen Straubing. Sonntag 19 Uhr sehen wir uns dann hier wieder in der Jaila Arena. Bis dahin, eine schöne Woche. Bis dahin, eine schöne Woche.